Und das ist jetzt, wo du machst, dein 17. Tag? 17. Tag, genau. Und wie viele Kämpfe hast du gewonnen und verloren? 11. Gewonnen und 5. Verloren. Jetzt guck ich, dass ich nächsten Samstag den nächsten Sieg einfach, den zwölften Sieg machen. Also in der Schule fragen schon welche, weil mein Papa kämpft. Und Elia, der ist ein großer Fan von dir, da will man nicht mehr trainieren und so. Also wenn wir noch mal zu mir kommen, aber am besten, wenn du auch zwangst, dann kann er gleich, muss ich auch trainieren. Wenn wir zusammen trainieren dann. Ich bin ja hier aufgewachsen, in dem Haus. Aber damals, als ich noch klein war, war hier noch kein Biergarten. Also war das alles meine Spielwiese, sag ich mal. Und ja, hab da, wie viele Scheiben kaputt geschossen? Bestimmt 40, 30, 40 Scheiben hab ich kaputt geschossen mit dem Fußball. Kampfsport war nicht so, gerade meine Sache. Aber mein Vater hat den voll unterstützt. Dem sagt, Papa hat es immer gesagt, was ich hab. Der schafft es, lass das, der passiert nichts. Und hat es mich beruhigt gemacht. Die wollte nie einen Boxer haben, mit kaputten Nase, mit Schatzen, beides. So schöne Nase, Jakob. Und noch kaputte Ohren dazu. Und ja. So schöne Nase, ich bin ja. Baja Galahore, er hat sich alles vor sich. Ich denke, dass ich ein Liss oder ein Prosinec war. Aber es hat sich mit dem Vítest, und mit dem Titeln, dann wird es wiederum. Nein, es wird es wiederum. Das war sehr schön. Ich habe da zwei Diener im Sparren, weil sie das Pastrenjaka wissen, dass sie mir Levack oder Frayers haben, dass sie mir guarden, mit gutem Juditzen. Wir haben uns in der Übung imitation mit der Übung imitationen, imitationen im Training und mit der Übung im Training. Wir werden in der Übung sparen und im Training sparen. Wir werden in der Übung im Training und dann aufzuhalten. Ich bin in der Übung im Training, dann aufzuhalten. Ich gehe weiter, dann gehen wir weiter. Wir machen uns auf der Übung. Was für meine Beleitung mit Karlos? Ich denke, dass es eine sehr starken und kraftvolle Kampf ist und ich mich nicht nur in Niemczech, aber auch in der ganzen Europäischen Union. Ich möchte natürlich in dieser Kampf natürlich gewinnen, deswegen bin ich dünnig und bin überzeugt, dass meine Hande aufwärtsstellt. Wenn es um die Organisation Octagon ist, wie eine sehr gute und soziale Organisation. eine der besten in Europa zu sein, und auch, dass es eine federation wird, für die nicht nur eine, sondern nur ein paar Walken. Wenn es geht um MMA, das ist meine größte. Die Brünung ist, dass ich ein All-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left Ich mache alles. Ich mache alles. Ich denke, dass es ein starkes Aspekt für meine Brünung ist. Es ist schwer zu sagen, wie Carlos Vemola boksiert. Ich sehe, dass viele Leute auf diesen Aspekt und auf einen Angriff zu stellen. Es ist schwer zu sagen. Es ist zu sagen, weil ich das erste Wemola ist ein anderes Wemola. Es ist zu viel anderes. Es kann noch alles auf das noch etwas mehr. Ich werde noch mehr auf diesen Thema kommen, wenn wir unsere Kriege kommen und ich habe, dass er seine Erfahrungen mit meinem zu konfrontieren kann. Ich habe mich zu viel, aber in diesem Box habe ich es nicht ausgesucht. Wenn ich die Möglichkeit hätte, wie ich 90-Jährige hätte, würde ich 90-Jährige sein. Was habe ich gemacht? Ich habe das lange gemacht. Ja, ich mache das, was ich mir sagen. Ich habe 84 gemacht, ich habe 84 gemacht und ich habe schon seit 10 Jahren gemacht. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt verstehe. Ich habe schon mit einem größeren Randall gesehen. Ich bin jetzt ein Mann. 100% auf das, dass du es umgekehrt ist. Es ist ein von den meidemenswerten Spielen. Weil ich mein Stilow ist das, was mir ist. Ich bin ein Zema. Ich habe eher einen Kraten-Postoy. Ich weiß nicht, dass ich diese Spiele habe. Aber ich habe einen Fokus auf den Spielen. Das habe ich mir nicht gemacht. Die Spiele ist gut. Die Spiele ist gut. Die Spiele ist gut. Die Spiele ist gut. Die Spiele ist ein sehr strategischer Pläne. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht wird es noch nicht lieb. Aber ich brauche den Spielen. und dann habe ich das 7 Tage gemacht. Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Für mich ist es ein schlechter, als der, den ich erwartet habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich sehr aufgeregt habe. Das ist das Warrior. Das ist ein Fahrzeug. Das ist nicht einfach. Das ist ein Black Belt im Jiu-Jitsu. Das bedeutet, dass es nicht so leicht ist, Ich glaube, dass es nicht schlecht ist, aber ich glaube, dass es Karl-Sparr ist, dass wir einen guten Karl-Sparr, der sich verabschiedet hat. Ich glaube, dass es nicht schlecht ist, dass es nicht schlecht ist. Es ist wirklich ein Elita. Und dann geht's! Ein und nur ein Terminator! Ich habe sieben Kämpfe in Folge gewonnen, ob es auch 17 sind oder 37 sind in Folge gewonnen. Das macht mir keinen zusätzlichen Topf. Ich gehe von Kampf zu Kampf und von daher interessiert es mich auch nicht, ob ich sieben oder siebzig Kämpfe gewonnen habe. Es ist ja nicht nur, dass sie mich jetzt zu den Kämpfen supporten, sondern sie werden auch vor Ort selber dabei sein. Kevin Prince-Boateng, Marius Rolf, viele Rapper aus Deutschland, sehr viele bekannte Rapper. Ich weiß nicht, wie es in Tschechien ist, ob da viele deutsche Rapper bekannt sind. Ich denke, was für Christian sehr wichtig ist, er erkennt natürlich an, was der Sport ihm alles im Leben gegeben hat. Natürlich in Kombination mit seinem persönlichen Ehrgeiz. Er möchte den Sport einfach bedeutsam nach vorne treiben. Er möchte den Sport in das Licht rücken, was der Sport verdient hat. Er ist sehr humorvoll. Ich sehe oft, wie er Leuten hilft in verschiedenen. Ich sehe oft, wie er vielen Leuten hilft. Wir haben ja lange nicht vor das Publikum gekämpft. Und jetzt gerade die Halle so voll zu machen, das gibt mir noch mal richtig Ansporn. Und 4. Sechse wird richtig geil. Mein Manager Nils Schlegel und ich haben immer schon eigentlich so davon geträumt, dass wir irgendeine große Organisation nach Frankfurt holen. Jetzt ist es natürlich passiert mit Oktagon und es macht mich überglücklich, dass ich selber auch einen großen Teil dazu beigetragen habe, die Show mit nach Frankfurt zu nehmen. Und ja klar, ich hoffe, dass es auch weiter ausgebaut wird. Die Leute können von mir wie immer ein Feuerwerk und eine riesen Schlacht erwarten. Und ich hoffe, dass der Gegner gut vorbereitet wird und von daher wird es schön knallt. Die Leute können dasen und es aufgedrät werden können! Die Leute auch im nadestein, weil wir im Gymnäser mit Jakuzo sind, der Polen hat sie in der Brünen, und ich bin aus meiner Meinung nach bei der Locker und den Trainer, das nicht mit Jakuzu haben. Ich kann nicht mehr gehen, los! Er hat sich trainiert, aber wenn er nicht mehr kann, dann hat er etwas geholfen. Ich denke, dass es nur ein bisschen Fizz gibt, aber es ist auch hier, also ich denke, dass er bereit ist, und er hat es gut gemacht. Er hat die Motivation zurück, was ihm passt. Untertitelung des ZDF, 2020